Das ist eine Kesto-Produktion. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal, ich bin Kesto und ihr seid die Zuschauer. Heute, ihr könnt ein Special-Video einfach mal roundabout raushauen. So ein Ding ist das. Wir machen heute ein Kind. Wir kriegen heute ein Kind. Ich bin schwanger, ich bekomme heute ein Kind, bin bei Freunden. Wir haben so ein Gerät, wie hieß das Gerät? Tänzgerät. Hm? Tänzgerät. Tänzgerät. Das ist nicht so ein Tanzen, das simuliert Venen. Und da ziehen wir durch, wie viele Stufen hat das? Sechs. Sechs Stufen, wir fangen an bei der Eins. Und zieh durch, kriege ich heute, kriege ich ein Kind. Dazu muss ich mich erstmal frei machen, Achtung. Wie nennt sich das? Warnung, Warnung, Disclaim. Jetzt zieh ich mich aus. Oberkörper nur. Meine Assistenten, eine nur ist es. Klebt mir die Dinger an und wird das steuern, das Gerät und sagt euch, welche Stufe wir uns gerade befinden. Ja? Ja. Ja. Assistentin, ich bitte drum. Das wird so Spaß machen. Oh ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, ein Kind zu bekommen. Nein, nicht. Nein, locker. Das ist Stufe 1. Massage. Oh! Massage! Das vibriert. Stufe 1. Welche ist das für die Stufe? Immer noch Stufe 1. Ach so? Sicher? Ja. 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 Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Oh, was ist das für die Stufe? Stufe 1. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh! 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 Welche Stufe? Eins. Zwei. Stufe 2. Was? Oh! Massage. Eine Massage nur! Oh! 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 Oh, das ist Taya, du bist auch ein Baby! Aber nicht weiß! Taya! Baby, komm her! Komm her! Aber das war noch nicht durchgezogen, oder? Nein. Welche Stufe ist das? Zwei. Stufe zwei ist noch bisschen wie eine Massage. Geht schon mit ein bisschen mehr. Los, jetzt! Jetzt Stufe drei, oder was? Ja, wir sind noch auf Stufe zwei. Dann machen wir jetzt Stufe drei. Sicher? Ja. Ja. Das sind 80 Herz. Was ist das Herz? 80 Herz. Und mein Herz ist so groß, aber es bleibt so viel Liebe! disappoint... ... ... ... Es kommt schon ein bisschen in das Köpfchen. Schaffst du noch eine Stufe? Stimmt, aber sie spielte einfach mit mir und sie macht das nicht so, wie ich dachte. Ich mache jetzt Stufe 4. Okay. Kann man da Verbrennung von tragen? Ich schlägt ein zu kitzeln, noch eine Massage. Probieren, probieren. Es pulsiert. Aber noch im angenehmen Rahmen. Immer so blitzen. Aber es geht. Ich glaube nicht. Willst du mehr? Ein bisschen. Welche Stufe? 4. Immer noch. Ich fand die erste am schlimmsten bis jetzt. Wir können doch noch mal die erste machen. Jetzt hat man sich dann gewöhnt, sag ich. Der Uterus ist gespreizt. Der Uterus ist gespreizt. Der Uterus ist gespreizt. Wir sind gerade übrigens bei 100 Herz. Wie, wo geht das? Das weiß ich gerade nicht so. Das ist das Maximum! Oh, Feuerwehr! Denkst du, du schaffst Stufe? Ist das sicher, dass das für uns Männer nicht schädlich ist? In meinem Schambereich? In meinem Schambereich? In meinem Schambereich? Ist das sicher? Ja! Du bist doch nur Wissenschaftler und Medizin, oder? Ja! Warte! Sicherheitsschluck trinken? Nein! Wie, nein? Du ziehst es durch jetzt! Na, guck mal, wir Frauen, wir machen das auch... Von oben werden wir einen Bruchenschluck trinken! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh Nee, wenn du zappelst! Du schützt das aus! Fünf, Fünf, Stufe, Fünf, los. Jetzt schnell durch, Ballon. Oh, das fängt schon an, das merkt man. Es sind doch nur noch 50 jetzt. Also jetzt wieder runter auf 50 jetzt. Ich denke, es sind schon... Das geht, oder? Was ist schon? Das ist... Achso, ich bin standen und das macht man nicht nach... Das sind, ich weiß nicht, das macht man nicht nach. oh, du bist für den Ballack alter Seid ihr verrückt oder? Ach, ist die letzte Stufe. Schaffst du 6, halt mal aus jetzt. Ah, jetzt ist es gleich ausgeht Bubi, wo bist du? Nee ne 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 Es probiert noch nicht, hab ich erwähnt Stufe 6 und 150 jetzt das Maul Waaat Seid ihr als wir platzen gleich der Eier Oh, Attacke. Da passiert doch noch ja auch nichts, oder? Das ist doch nicht schön, nein. Das ist jetzt nur ganz leicht. Das ist eine Sascha. Eine Sascha, eine gute Sascha. Es geht noch höher. Na dann. Es geht noch höher. Noch höher. Und dann. Dann wird es wieder gehen. Ich will die Nachbarn sehen. Lass mal ein Like und ein Abo da, Alter. Like und ein Abo, Alter. Es geht aber nur noch höher. Ich schwitze schon ein bisschen mehr. Erwin steht doch hier. Erwin steht doch hier. Was? Was? Ja, boah. Ich kriege da keine Luft mehr. Hier ist es nicht jeder. Jetzt sollen wir zur Stufe 1 gehen. Nein, jetzt müssen wir durchziehen. Sicher? Jetzt ist es gleich da. Jetzt ist es gleich da. Und dann ist es gleich da. Alter, das ist richtig glücklich. Halleluja. Das ist wie ein Trip, Alter. Das ist wie ein Trip. Wie viel geht noch? Sind wir jetzt schon am Ende? Wir sind jetzt erst bei der 74. Bis 150. Wie hoch? Na, machen wir jetzt? Bis 150 geht es noch. Wir müssen doch nicht mal bei der Hälfte. Müssen wir jetzt mal ankommen. Bei der 150. Hey! Nein, bei der 150. Oh, wie ist die Hälfte? 150. Jawoll! Ich hoffe, du hast solche Pfeile. Guck mal, da ist mein Baby. Alle Frauen. Riesen-Respekt. Aber ich kann... Jetzt echt noch mehr. Los! Michael Naruda, ich wiederhole mich. Tschüss, tschüss. Und haut rein. Auf Wiedersehen.